hallo ich grüße euch wir haben ja den elften teil der videoreihe schon beendet über die börse das will ich auch demnächst alles hochladen ist dadurch sehr viel es ist mir aber wichtig dass ich jetzt diesen teil den zwölften teil vorziehe einfach aus aktuellem anlass also ich habe jetzt das ist jetzt frühzeitig 7 uhr rum ich habe die ganze nacht nicht geschlagen immer wieder wach geworden und mich hat eben die frage umgetrieben nach der passivität wir wissen ja in den letzten stunden ist ja bekannt geworden dass schäuble pläne hat alle leute in deutschland zu enteignen also das heißt zwangshypotheken auf die grundstücke und auf die häuser und autos und so weiter zu erheben und das ist natürlich ja in dem sinne eine störung des waffenstillstands man kann es nicht anders sagen weil er hat ja nur die aufgabe für frieden zu sorgen also hat alle maßnahmen zu treffen die die öffentliche ordnung und sicherheit gewährleisten und als nicht berechtigt irgendwelches eigentum was jetzt hier in dem land ist ins ausland zu schaffen oder irgendjemand anders zu übereignen das ist einfach die störung des waffenstillstandes im ersten weltkrieg und erfordert eigentlich das eingreifen auch der sowjetischen besatzungsmacht zumindest in mitteldeutschland muss man einfach mal so deutlich sagen was hier gemacht wird ist kriminell es gab nie eine privatisierung der bundesrepublik und auch die privatisierung der dda weil beide konstrukte wurden vorneweg aufgelöst und zwar am 17.07 1990 und damit war der keks eigentlich gegessen im prinzip hätte man die wiedervereinigungsfeier absagen müssen man hat es dann trotzdem gemacht aber man hat eigentlich was anders gefeiert als man eigentlich gesagt hat man hat einfach nur zwei wirtschaftsgebiete vereinigt das heißt es gibt keine zollgrenze dazwischen und ich kann eben von einem nicht souveränen staat zum anderen nicht souveränen staat handel treiben so das ist das ist das was hier passiert ist und es gab weder eine vereinigung von staaten noch gab es oben eine aufhebung und abtretung von gebieten sondern das ist einfach nur die zusammenlegung von firmen und der staat besteht nach wie vor in seinen definierten grenzen und die grenzen sind definiert im rustack und wir haben ja schon 17 teile lang erklärt wie es entstanden ist wie ob das wie das zu sehen ist welche rechtliche stellung es hat das gehört eigentlich nicht in die sammlung des staatsrecht sondern in strafrecht weil es eine fälschung ist und das damit gewählt worden ist macht die sache eigentlich nur schlimmer so und alles was eigentlich schäuble aufgabe wäre die hat er nicht erledigt weil seine aufgabe ist nämlich dafür zu sorgen dass wir alle eine ordentliche staatsangehörigkeit haben und im gesetz steht nun mal drinnen dass die staatsangehörigkeit aus den bundesstaaten kommen zu gegebenen anlass habe ich natürlich hier mal die bundesstaaten flagge von sachsen die ist deutlich zu erkennen hat eine krone weiß grün einfach mal so veranschaulich aufgehoben so also es geht darum dass wir die staatsangehörigkeit wieder kriegen bevor wir überhaupt irgendwas wählen können es geht einfach nicht anders mit einem gefälschten staatsangehörigkeitsgesetz kann ich keine wahl machen es geht nicht so und ich kann auch nicht die leute da mit wiedervereinigung und mit eu und und lauter solchen zeug bombardieren damit sie die eigentlich wichtigen fragen hier zu stellen sie nicht stellen die wichtige frage ist wie kommen wir alle zu unserer staatsangehörigkeit so die uns zusteht denn deutsch groß oder klein geschrieben ist keine staatsangehörigkeit die staatsangehörigkeit ist definiert im rustag und da stehen 26 mögliche staatsangehörigkeiten drin und eine von den 26 hätte ich gern und zwar offiziell bestätigt und ich habe auch von erklärt wie man es machen könnte in dem einfach an den seiten des reisepasses hinten ist in der seite drin das eingetragen wird und das muss ich dann wird herausgegeben dass jeder einen reisepass besitzen muss fertig weil der personalausweis ist ja einfach nur in dem firmenkonstrukt brd beitreten und hat damit die staatsangehörigkeit wird abgetreten und natürlich auch die staatsangehörigen rechte obwohl man eigentlich das nicht hat weil man hat ja nie eine rgb unterschrieben ist nie belehrt worden es ist alles nur ein einziger betrug so und da gehört ordnung rein weil das gesetz ist hat bestand und ist gültig und da kann ja auch keiner von irgendeiner meldestelle erzählen ja wir dürfen das nur noch stark machen wir haben da meine anweisung die anweisung ist dass das ich dass ich alle ausführende also exekutive an die gesetze zu halten haben und wenn wir wissen dass die die wahlen seit 1955 ungültig sind dann wissen wir dass die gesetzgebung aus dem nötstandsrecht von 1914 stand so und dort ist uns eine gerüchte auch bestätigt haben und auch gesagt haben ja die ganzen es gibt ja gar keine rechtliche grundlage um in der brd die staatsangehörigkeit festzustellen das gibt es nicht weil die brd das gesetz nicht hat weil das noch aus dem kaiser ist also muss man nach der kaiserlichen richtlinie die staatsangehörigkeit feststellen und die ist gegeben da war kein neues gesetz machen also ist es im prinzip wenn man so eingestellt ist dass das system schwarz rot gold gescheitert ist und zwar an der staatsangehörigkeit dass das nur noch nicht in medien ist das liegt einfach daran dass man eine nachrichtensperre verhängt hat seitdem wir zu zweit beim bundeswahlleiter waren und diese sache angezeigt haben ist er berechtigt und verpflichtet alle wahlen rückwirkend zu kassieren und wenn er das nicht macht macht er sich strafbar und die strafe ist dann dieselbe wie für hofrat ob ihm das bewusst ist und ob er da Angst hat spielt keine rolle er hat er hat das amt des bundeswahlleiters und er hat das zu korrigieren und wenn die europa parlaments abgeordneten dann wieder heimfahren müssen ist das noch nicht sein problem sein problem ist die integrität der wahlen zu gewährleisten und wenn die zb us sagt dass es keine befangene sitzung geben kann dann gibt es keine befangene sitzung und da kann auch nicht sein dass der walausschuss als parteien besteht deren mitglieder ja selber noch kandidaten laufen haben also das ist eine formale befangenheit ob die jetzt sind wirklich sich befangen verhalten oder nicht verhalten das spielt ja dabei keine rolle entscheidend ist dass sie die möglichkeit haben sich befangen zu verhalten weil sie eben von parteien gewählt werden und dadurch auch denn ihre interessen zu vertreten haben das würden sie ja nur aus einer parteien bestellen also da brauchen wir nicht lange überlegen ob sie befangen sind oder nicht sie sind befangen weil sie eben aus einer partei kommen so und dann muss man ja auch wissen von wo werden denn die die wahlleiter bezahlt denn die werden natürlich von dem bezahlt die die vom bundestag ernannt werden und so weiter also sind sie doch auch abhängig die werden nicht aus aus dem öffentlichen topf bezahlen wo sie eine freie entscheidung treffen können sie sie haben eben ihre bezahlung ihrem bund oder über über bundestag was auch immer und damit sind sie befangen ganz einfach so ich kann euch einfach nur mal empfehlen zieht euch mal die zwei videos rein die sind in der mediathek vom bundestag noch drin also die zwei sitzungen vom bundeswahlleiter so gut also hätten wir das thema erstmal durch jetzt geht es darum wie treten wir denn aus der passivität aus das ist eben dieses thema also es ist manchmal so dass ich mir das nachts noch durch den cup geht dass ich aufwache und sagen wenn ich ach was muss das du musst das sagen du musst auch das andere mal zurückstellen wenn denn sowas ist dann muss man da auch gehorsam sein und das einfach auch mal tun wenn ihnen das immer gewissen und der verstand sagt du musst du eigentlich mal was zu dem thema sagen so also das hauptproblem viele leute im zusammenhang mit passivität ist ja ich habe niemanden der mir sagt was ich tun soll da bin ich aber froh also ich bin darüber froh über den zustand ich bin nur froh wenn wenn es keinen gibt der mir sagt was ich zu tun habe sondern ich setze mich hin gucke mir einen mangel an und dann habe ich eine idee wie ich es beseitige ist ganz einfach wenn du handwerker bist zu hause da siehst du die die türe von deinem küchenschrank die hängen nur noch an dem fall seit den pfaden müsstest du mal festmachen da musst du doch kein kein haben der sagt mach das mal fest meistens ist dann die frau die sagt mach es mal fest aber eigentlich muss man selber sehen also gehst du hin guckst du an was es für scharniere ist gehst du im barmarkt wechselt das dinge aus probierst ob es auf uns zu geht und dann ist die sache gefixt genauso funktioniert das mit mängeln im staatsaufbau das ist genau das gleiche es gibt das notstandsrecht des kaisers und darunter unterschieden ist man verweser oder notstandsleiter verweser erfordern eine verweserwahl oder eine direkte ernennung vom kaiser da gibt es keine weil der kaiser den den ernannt hat dann haben sie umgebracht weil er den versayer vertrag nicht unterschreiben wollte also im prinzip die ausplünderung deutschlands in sofern ist also die ausbildung deutschland nicht erlaubt weil es nicht unterschrieben ist und der das unterschrieben ist da hätte es nicht geduld weil die weimarer europa kein staat ist so also ist also eine ausplünderung und auch eine sache geld in die eu oder 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 an wirtschaftsflüchtlinge weiter zu erreichen strikt verboten das ist plünderung von haushaltsmittel und dafür muss der besitzer haften das heißt also hier in dem sinne die usa weil die ja im prinzip haupt siegemacht sind und die haben zu entscheiden was merkel und schäuble tun weil es sind ja nicht die entscheider das sind im prinzip nur die marionetten die eingesetzt werden die entscheidung sind die besatzungsmächte und die müssen dann nach hlko die rechnung platzstellen also die haushaltsrechnung und beginnen von der zeit wo sie die besatzung aufrecht erhalten haben das ist spätestens am achten mai würde ich mal sagen ist es offiziell ja der krieg beendet gewesen und ab dann haben sie die die verpflichtung nach hager landkriegsordnung die zu verfahren wenn sie das nicht machen sind sie kriegsverwäscher ganz einfach und dann wird dann irgendwann wenn das system umgefallen ist denen die rechnung präsentiert in den usa sieht es so aus dass dort oben bürgerkrieg ins haus steht sie haben ja nur seit seit jahren im prinzip schon gelände abgesperrt und der fema hat da riesengroße camps gemacht und alle plastisärge dort gestörpert weil sie jederzeit damit rechnen dass es dort los geht und der grund dafür ist in der euro dollar krise zu suchen weil sie eine währung auf den weg gebracht haben die keine deckung hat wenn die leute das merken dass das geld nicht gedeckt ist und dass plötzlich über nacht nichts mehr wert ist und sozusagen der handel und die versorgung mit grund ausmitteln nicht mehr funktioniert und man anfangen muss den leuten die häuser weg zu fänden und autos und heimlich gesetze macht da muss man sagen wenn dann die leute nicht aufwecken und aufstehen und dagegen protestieren ja dann will sich auch nicht weiter man muss sich dann sagen okay die schwarz-rot-gold ist gescheitert wir brauchen die wieder die gesetzliche lösung die gesetzliche lösung heißt dass alle gewalt von folge ausgeht und wenn das volk nun mal entschieden hat dass es ein kaiser wollte das ist ja die letzte entscheidung wird das volk gefragt wurde bis jetzt ist es ja nie gefragt wurden die hatten ja immer nur die möglichkeit als mehreren ungesetzlichen übeln zu wählen aber keine gesetzliche regierung weil bundesverfassungsgericht hat ja festgestellt der gesetzliche gesetzgeber war seit 1955 nicht am werk bis 1955 waren es die alleierten danach war die offizielle ende der kriegshandlung an 1955 ist nun mal da hatten die alles unter kontrolle und da hatten die auch alle der meinung waren dass man sie umbringen müsste umgebracht und ja dann kann man sagen bis in einigermaßen ordnung entstanden das war 1955 das ist nun mal mit allen vier und wieder nun mal das recht dessen der den krieg gewonnen hat so wobei man sagen muss dass da eigentlich immer noch läuft aber auch nur ein waffenstillstand haben das hat zwar die wehrmacht mal kapituliert aber die anderen bestandteile des staates haben nicht kapituliert feuerwehr hat nicht kapituliert das rettungswesen hat nicht kapituliert das staatswesen hat nicht kapituliert das ist nur die wehrmacht gewesen ja gut ist dann so aber deswegen ist ja sind ja die strukturen nicht weg war dann nur immer wieder versucht zu verhindern dass sich die staatlichen strukturen bilden war also den bürgermeistern in städten gemeinden ein erzählte haben auf dem punkt zu hören